okay ja erst mal wir wollen uns gleich noch mal mit einem thema beschäftigen was meiner meinung noch total untergeht und deshalb auch an solchen stellen einfach mal betrachtet werden sollte und zwar der umgang mit forschungssoftware und dazu möchte ich wissen weiter aus man muss einfach überlegen dass wissenschaft und technologie immer ein gemeinsames interplay hatten also ein zwischenspiel gegen sich und das kann man zum beispiel betrachten wenn man ein teleskop anschaut ein teleskop ist letztendlich ein stück technologie was eigentlich aber aus einem wissenschaftlichen prozess entsprang zu der zeit sicher noch ein bisschen spielhafter oder verspielter aber auf jeden fall wurde ich hier wissen generiert um ein stück technologie zu generieren oder wenn wir in die andere richtung schauen das mikroskop mikroskop ist letztendlich auch ein stück technologie was aber dann hilft wissenschaft zu betreiben das heißt also wir haben hier möglichkeiten plötzlich in die ferne zu schauen oder in die in das in die kleine welt zu schauen und damit öffnet technologie neue einsichten bringt die forschung voran und das heißt also forschung basiert unwahrscheinlich stark auf der nutzung von werkzeugen und ein werkzeug was überall genutzt wird und niemand kann forschung betreiben ein solches werkzeug ist es ist ein tool jeder forschende nutzt wahrscheinlich täglich irgendwelche software und diese relevanz von software ist bis vor vielen jahren bis vor einigen jahren bis vor vielen einigen jahren vielfach einfach gar nicht gewürdigt wurden und da ist ein kulturwandel nötig das findet mittlerweile statt und auch in verschiedenen prozessen die später zeigen wird auf verschiedenen institutionen wird das auch vorangetrieben aber dennoch möchte ich hier ein bisschen darauf verweisen was denn damit eigentlich gemeint ist und warum das vielleicht wichtig ist und hier ist mal ein beispiel was ist denn eigentlich software software kann nämlich ganz unterschiedlich aussehen vielleicht einige die von euch in das modul vier dann reinkommen und da entsprechend ein bisschen mit uns programmieren lernen die können sowas vielleicht in handhaben nämlich ein jupiter notebook das ist ein werkzeug mit dem man programmieren kann das folgt dem konzept des literate programming bei dem man letztendlich code schreibt und gleich ergebnisse herauskommen hier ist zum beispiel so eine kleine datenanalyse von von genaktivitäten das ist ein ganz ganz kleines stück software und dennoch ist es kann das fundamental sachen verändern ich habe hier ein kleinen kleines paper verlinkt nur kleinen artikel verlinkt der letztendlich mit der radikalen aufstellung dahin geht und sagt eigentlich ist das wissenschaftliche paper per se obsolet eigentlich müssten wir alles machen in solchen jupiter notebooks oder ähnlichen tools wo man die daten reinladen kann wo man auch sachen verändern kann viele journal oder viele artikel haben klassischen sinne annahmen wenn sie wenn sie grafiken machen zum beispiel werden bestimmte gruppen ausgefiltert und alle diese annahmen könnten solchen jupiter notebooks mit abgelegt werden und dann ändert sich die grafik mittlerweile werden zum beispiel solche jupiter notebooks als zusätzliche material mitgegeben oder auch im teaching genutzt aber der eigentliche artikel so wie wir ihn haben ist letztendlich eine pseudo digitalisierte form von toten holz muss man einfach sagen das konzept hat sich nicht viel geändert und man könnte da eigentlich ganz dran ganz anders dran angehen und solche literate programming sachen eben nutzen zum beispiel software kann allerdings auch eine applikation sein und zum beispiel zur zur steuerung auswertung von von gerätschaften wie zum beispiel so einem mikroskop das heißt also sie können auch kommerzielle player mit reinkommen das kann aber auch ein tool sein was von einer community entwickelt wird und vielfach genutzt wird also man hat die einerseits so ein kleines skripten und kleines dupiter notebook oder man hat etwas fortgeschrittene software es kann auch software sein die auf großen clustern laufen muss die sehr viel hpc also high performance computing benötigt die große administrationsbedarf hat und das ist auch so für die im wissenschaftlichen bereich nicht nicht unüblich ist das heißt ja mal so ein breites spektrum was wir mit software bezeichnen und in alle diese verschiedenen werkzeuge wieder haben verschiedene ansprüche es können auch dienste sein nebenbei das können auch datenbanken sein dienste sein die auf datenbanken zugreifen hier zum beispiel von ncbi wo man dann zum beispiel nach lebenswissenschaftlichen daten suchen kann damit ein dienst bereitgestellt wird der letztendlich nichts anderes ist als ein stück software und das ganze reiht sich ein wenn man die richtung open science schaut in auch in diesen research cycle und da ist diese datenanalyse hier unten ist eigentlich genau das wo die software reinkommt denn die datenanalyse findet wie gesagt eigentlich immer mit software statt und das heißt diese interpretation oder die übersetzung von daten in ergebnisse in einsichten in das was uns voranbringt in wissen bedarf immer software und wird häufig gar nicht so wahrgenommen und man muss sich noch vor augen halten dass software nicht nur ein werkzeug ist sondern häufig auch ein ergebnis wissenschaftlichen arbeitens darstellt ich habe in meiner arbeitsgruppe bioinformatische forschung betreibende dort habe ich mehrere doktorand innen die nichts anderes machen als eigentlich software schreiben und dazu brauchen sie biologisches hintergrundwissen software engineering und bauen damit werkzeuge zusammen die dann publiziert werden und das heißt also software kann auch tatsächlich ein stück wissenschaftliche arbeit sein forschung sein und das heißt auch hier muss dann qualität der zugang aber auch zitierbarkeit natürlich müssen dafür gewährleistet sein und man muss sich vor augen halten wenn man sowas veröffentlicht und wohin liegt software sind nicht gleich daten ein datensatz ist meistens statisch beziehungsweise kann durch andere erweitert werden aber software ist ein wachsendes konstrukt wo verschiedene leute vielleicht gemeinsam daran arbeiten wo neue features hinzukommen und was über die zeit hat auch entsprechend sich weiterentwickelt das hat ja auch schon gesagt software kann auch infrastruktur sein und damit auch viele abhängigkeiten generieren wenn man wenn man jetzt sagt man hat so ein service am laufen und eine forschungs community nutzt das ganze wenn dann irgendwie die förderung ausläuft dann kann eine ganze community einfach davon betroffen sein alle nicken schon hier so ein bisschen irgendwo schon mal davon gehören genau das ist kein problem sein es gibt allgemein gibt es relativ viele offene fragen in bezug auf wissenschaftliche software und die muss geklärt werden und unter anderem auch geklärt werden was ist eigentlich gute wissenschaftliche praxis zu dieser software und das ist wie gesagt eine sache die in den letzten jahren auch von starten ging wo mittlerweile und da komme ich auch dazu viele antworten auch gefunden werden oder wurden dennoch sind weitere fragen meiner meinung nach offen und verschiedene institutionen müssten sich damit auch eigentlich beschäftigen und das für sich auch selber klären wie gehen wir damit um und wie wollen wir eigentlich auch hier wieder diese gute wissenschaftliche praxis eigentlich vorantreiben und auch die frage stellen wie können wir denn unsere software open und fair machen also nicht dass die sachen irgendwo rumliegen und dann für eine einzige sache nutzt werden sondern wie kann man sie offen machen wie kann man sie nachnutzbar machen wie kann sie aber auch auffindbar machen und wie sorgen wir für auch für gute qualität ich werde euch gleich ein paar beispiel zeigen wo die qualität nicht gestimmt hat und wo es dann zu großen problemen kam das heißt also qualität und validität von software muss gewährleistet sein und das ist natürlich bedarf expertise und natürlich auch die frage des aufwandes kann ich jetzt irgendwie fünf doktorand innen und postdoktorand innen dann noch mit dazu setzen um ein stück software mit total zurecht zu biegen und zu polieren oder wie kann ich da die ressourcen einsetzen ein wunderschönes beispiel ist bekannter microsoft era gibt es gibt einige muss man tatsächlich sagen aber das ist einer der größten wo letztendlich das ganze austerity programm im ökonomischen bereich darauf basierte dass ein excel fehler stattfand und milliardenschwere entscheidungen darauf gefällt wurden das heißt also hier wurde ein stück software excel wahrscheinlich sehr weit genutzt genutzt um eine wissenschaftliche aussage zu tätigen die falsch und wäre schön wenn es in einer kleinen community geblieben wäre aber diese forschungsarbeit wurde genutzt um entscheidungen zu fällen das heißt wir haben eine große verantwortung vielleicht wer aus den lebensbereichen kommt so wie ich erkennt diesen wunderschönen dieses schöne problemchen in excel werden bestimmte gen namen also menschliche gene haben häufig sehr lustige namen oder auch nicht so lustige namen und die werden manchmal dann leider von excel geändert um dann irgendwie als weil sie als datum wagen werden wir dann umgeändert im datum und das ist ein riesiges problem und hat wirklich schon einige publikationen zerschossen und das ergebnis davon war dass die gen namen geändert wurden ja das stück software hat sozusagen diktiert wie die daten im hintergrund das geht eigentlich gar nicht auch noch ein großer großes anderes beispiel wo eine komplette forschungs community auf einem stück software gearbeitet hat oder damit gearbeitet hat und letztendlich dekaden von forschung aufgrund eines fehlers in dieser software naja zumindest entwertet wurden oder die die ergebnisse dessen zumindest hinterfragt werden sollten also nur ein paar kleine beispiele wo einfach auch gezeigt wird wenn man das nicht macht und sich nicht auf die qualität von software verlassen kann beziehungsweise die methoden die genutzt werden kann es tatsächlich zu qualitätsproblemen in der forschung führen dann gibt es auch so fragen wie wie soll man software publizieren vielleicht kennen das einige von euch es gibt zum beispiel dieses zentrale repositorium github was so microsoft betrieben wird wo ganz viel software landet ist ist auch gar nicht schlecht das dort abzulegen aber das alleine reicht nicht denn man kann ja sehr schnell auch software wieder entfernen und dann ist das für immer weg man kann das mittlerweile auf senodo auch stellen es gibt auch andere möglichkeiten komme ich gleich noch dazu wie kann man denn auch software zitieren das heißt wie und das ist jetzt hier so ein beispiel also dass man das auf github ablegt und entsprechend zitiert kommt hier genau da gibt es zum beispiel ein format nämlich diese diese citation file cff citation file format was man mit in so ein repositorium mit reingeben kann mit in so ein software tool mit ablegen kann und dann kann man entsprechend den nutzenden auch sagen wie diese software zitiert werden kann idealerweise auch mit dui und welche version und wenn ich wenn ich eine analyse durchführen mit einer version eines tools und dann irgendwie nach fünf jahren wiederkommen und neues neue version dieses tools kann das ergebnis nämlich ganz anders aussehen das heißt also es ist schon wichtig da auch solche Sachen mit abzulegen und wie ist es mit der langfristigen verfügbarkeit von software wie gerade gesagt ich kann sowas auf github zum beispiel ablegen und kann das aber auch gleich morgen wieder löschen nachdem mein paper akzeptiert wurde und dann läuft ein link in einer publikation zum beispiel ins leere und da gibt es möglichkeiten unter anderem software heritage nimmt sich dem ganzen an man kann aber auch auf senodo kann man software entsprechend ablegen automatisch von github hineinziehen aber es sind alles sachen die nicht überall verbreitet durchgeführt werden das andere thema wie findet man die nadel im heuhaufen wie findet man software auch hier wieder das fair wenn man das betrachtet das findable ist ein problem was nicht für alle disziplinen gelöst ist und das ist wahrscheinlich auch sehr schade wenn dann entsprechend software schon existiert aber dann jemand meint ich muss etwas neues schreiben weil die andere software nicht gefunden und interessant natürlich auch wie kann man forschungs wie kann man software als forschungsleistung bewerten wenn man sich als forschender irgendwo bewirbt dann wird natürlich auf die publikationsliste geschaut software kann auch in so einer in so einer publikation abgebildet werden aber wenn die dann weiterentwickelt wird dann lohnt sich nicht immer eine neue publikation dann stellt sich natürlich auch die frage wie kann denn das motiviert werden wie kann diese leistung bewertet werden wie kann das ein katalog von dingen mit aufgenommen werden der dann genutzt wird um forschende entsprechend zu bewerten und ressourcen zu verteilen und brauchen wir vielleicht neue berufe gibt es vielleicht lücken in unserem forschungssystem die gefüllt werden müssen und kann man auch sagen ja ist der fall es gibt so genannte research software engineers die letztendlich unterstützen können forschenden bei der software entwicklung zu helfen oder die diese software entwickeln das heißt also leute die einen it hintergrund haben oder ein programmier hintergrund haben aber auch einen wissenschaftlichen hintergrund die mit den leuten sprechen können um solche sachen dann zu implementieren und bauen zu können beziehungsweise helfen wenn forschende eigenes software schreiben dass die entsprechend qualitativ gut sind und entsprechend diesen punkten hier genügt und müssen ja vielleicht auch die ausbildung lehre anpassen ich persönlich und das können wir vielleicht auch gleich im nachgang debattieren bin absolut der meinung dass eigentlich kein studium ohne grundlegende programmierung stattfinden soll also wir leben in einer welt jeder von uns trägt den computer mit sich rum der die ganze zeit aufzeichnet letztendlich wo ich gerade bin oder es mitteilt im telefon und auch andere sachen wir sind umgeben von technologie und ein grundsätzliches verständnis von programmierung was so ein computational thinking dann auch mit sich bringt ist meiner meinung nach eigentlich unabdingbar und eigentlich unmöglich dass das nicht überall verbreitet ist und da muss man auch entsprechend darauf eingehen und auch wenn wir unsere forschenden ausbilden promotionsstudiengänge und derartige sachen wenn man dann schaut hier müssen wir den leuten auch diese relevanz von software mitgeben damit wenn sie dann in die situation kommen software zu schreiben entsprechend das dann auch gut machen und dann gibt es auch so dinge wie juristische aspekte das kennt ihr vielleicht auch aus der publikation von daten das ist manchmal nicht ganz klar ist wem gehören die daten eigentlich und das gleiche ist bei software und da kann das sogar noch komplizierter sein wenn ich so ein stück software auf github zum beispiel stelle und dann andere leute bugs finden und mir helfen die zu lösen wie geht man damit rum welche lizenzen sind zu nutzen wie gehe ich mit solchen contributions um alles das sind punkte die auch zu beachten sind es gibt allerdings mittlerweile zahlreiche national und internationale organisationen und initiativen die sich damit auch auseinandersetzen das ist schon mal super weil viele von den sachen die ich gerade angeschüttet haben damit schon beantwortet sind das war lange zeit nicht der fall dennoch das in der breite ausgerollt zu sehen wäre jetzt so der nächste schritt und ich habe hier eine kleine auswahl von punkten zusammengetragen die mich persönlich tangieren bzw die ich sehr wichtig finde und die von euch auch hier in die software modul gehen wird zum beispiel auch software carpentry was vor 25 jahren jetzt gegründet würde relevant sein denn die haben genau diese idee gehabt in der forschung findet viel programmierung statt mittlerweile leute schreiben sich kleine skripte und können das meistens nicht so ein software carpentry als teil der the carpentries hat sich zum ziel gesetzt forschenden genau sowas beizubringen in kleinen workshops es gibt seit 2008 das software sustainable software sustainability institute in england wir sind da noch sehr weit hinten dran und viele andere sachen kamen auch auf wir haben mittlerweile haben wir mit der se zum beispiel in deutschland auch eine gruppierung die sich um dieses research software engineering kümmert auch eine gruppe in der ich mit aktiv bin ist von der allianz ag digitale werkzeuge software und services die 2016 gegründet wird und viel auch in die politik mit reingetragen hat es gab dann auch 2016 die ersten dfg calls zu software sustainability und da hat sich in letzter zeit viel getan und dennoch ist das noch nicht überall angekommen um ein paar dokumente hier auch mal zu nennen das ist zum beispiel aus dieser arbeitsgruppe herausgekommen wo empfehlung dazu bestehen es gibt allerdings auch in der und das finde ich richtig gut seit 2019 in der dfg im kodex der dfg zu guter wissenschaftlicher praxis entsprechende verbesserung oder anpassung auch die ganz klar auch sagen okay software ist ein wichtiger teil bitte schaut euch das gut an schaut auf die qualität und das ist 2019 entsprechend aufgenommen worden mit mit vielen anderen neuerungen da drin und das finde ich sehr sehr gut es gibt auch auf eu ebene gibt es da bestrebungen und das voranzutreiben und es gibt auch zahlreiche publikationen hier wurde das zum beispiel für deutschland zusammengetragen wie man das entsprechend vorantreiben kann und auch darüber hinaus gibt es auch bestrebungen wie kann man jetzt diese software fair machen doch da gibt es publikation auf die ich jetzt hier kurz verweisen möchte das soll jetzt ein kleiner impuls sein den ihr mitnehmen möchtet kurzes fazit mit der wachsenden menge an forschungsdaten nimmt die relevanz von forschungssoftware auch enorm zu es gibt auch gerade einen umbruch der diese relevanz auch entsprechend adressiert aber es gibt weiterhin viele offene fragen die einerseits diskutiert werden müssen allerdings auch die lösung dessen dann und die antworten darauf natürlich auch in die breite getragen werden müssen das heißt wir brauchen eigentlich einen kulturwandel wir brauchen diskussionen und ich hoffe vielleicht hat einer von euch auch motivation ist in der eigenen institution voranzutreiben wenn das dort noch nicht der fall ist vielleicht ist das auch bei allen schon perfekt abgedeckt und das würden wir gleich in der diskussion auch mal anschauen das würde mich sehr interessieren und dann würde ich mich erstmal für eure aufmerksamkeit bedanken und möchte euch fragen welche fragen ihr dazu habt und dann können wir gerne auch in eure erfahrungen und ansichten einsteigen vielen dank wir sehen uns jetzt einfach mal anschauen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Vielen Dank.